Willkommen zurück zu Oceanhorns 2. Wir befinden uns gerade vor der Flucht vor dem Oceanhorn und ja, jetzt ist der große Bosskampf angesagt, also gucken wir mal, ob wir es hinkriegen, zack. Ich sage jetzt mal, ich lebe hier ein, bevor ich mich den Typen da widme. Oder nicht. Und wie man ihn auch besiegen kann, weiß man noch gar nicht. Oh, da kommt er erstmal. Wo? Geh weg von ihm! Okay, sie hilft mir auch. Perfekt. Wir sind die Knights von Arcadia. Lass uns zeigen, was wir gemacht haben. Trink. Nein, was machst du denn? Das ist kaputt. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Was haben wir denn hier noch für Waffen? Wie geht denn hier alles nicht, wie ich das vorstellt? ok davon hier frage ich mich aber ich habe auch den blitzschuss aber ich kann mich schnell irgendwo hinterher das heißt natürlich mit diesen Dinger da oben irgendwas machen. Ah, okay! Jetzt? Jetzt hat er diese Dinger da bekommen. Warte mal, kann ich die abschießen? Ah! 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 Must find a way to complete it. Stop calling my name! Why did you leave us this mess, Grandpa? Trim! Und hoch? Diese Puppel-Dinger da wieder? Trim! Die Stimme könnte auch der Großvater sein, fast, ne? Die Stimme! Oh! Oh! Ah, nein! Der Schuss! Der Schuss! Das haben wir noch. Der Schuss! Der Schuss! Jetzt haben wir noch einen Schuss hier. ich versuche es ja trin nein manches Trim. Blöder Spaß. Wieso verschwindet mir immer gleich? Blöde Viecher. Aber jetzt. So. Defeat Oceanhorn. Okay, der ist schon mal weg. Wir sind ja nur noch Melchimedes und Matthew Ross. Aber die weiße Stadt ist zerstört. Okay, es gibt wahrscheinlich mehrere davon, oder es ist das gleiche, der jetzt noch mal... ...weil dich. Weißt du? Man blickt noch nicht ganz so durch, ne? Das ist jetzt Basis hier. Ja, 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 ja. Kann diese Sandung sein? Muss ein Boot da irgendwo hin. Na gut. Ach guck mal, ein schöner blauer Himmel, ein Peppelkchen. Das ist doch schön. Da fühlen wir uns gleich alle wieder besser. Das war's? Das war das Spiel? Ah. Das heißt, ich dachte, man könnte vielleicht noch irgendwas anderes machen. Ich würde schon ein anderes Ende, weil jetzt haben wir ja nichts geschafft in dem Sinne. Legt ja auf, einen dritten Teil zu machen. Gibt bestimmt noch ein anderes Ende noch, garantiert. War nicht schlecht. Kann man nicht anders sagen, aber schade, dass es vorbei ist. Na gut. Überspringen wir das hier? Guck mal, vielleicht passiert da noch was. Ähm. Nein. Überhaupt nicht, das ist das Ende. Mal raufgehen. Okay. Ruin der weißen Stadt. 59% nur geschafft. Das heißt, wir haben ein paar Sachen natürlich übersprungen. Wir haben das Schwert nicht geholt und so, ne? Was passiert, wenn ich da reingehe? Guck mal ganz kurz. Okay, man kann das halt nochmal machen. Das machen wir nicht. Das haben wir ja schon gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020